Hallo und herzlich willkommen zu meinem Lerner-Oskar von Bluebird Outdoors. Hi! Heute mit einem neuen Video von mir und zwar mit einer für mich sehr fröhlichen Sache. Und zwar habe ich jetzt vor kurzem gesehen, dass ich jetzt rund 800 Abos geknackt habe. 800 und ein paar sind es jetzt, ich glaube nicht viele, also rund 700, 800 plus. Irgendwie sowas in den Dreh. Auf jeden Fall wollte ich mir nicht nehmen lassen, mal Danke zu sagen. An euch alle da draußen, die ihr so fleißig meine Videos schaut, kommen wir zu den Preisen. An der Stelle schon mal vielen Dank an die Firma Buschkraft Essentials und an Felix Immler, die mir alle Preise, die ich hier verlosen kann, komplett kostenlos zur Verfügung gestellt haben. Was ich nicht für selbstverständlich halte. Es ist eine sehr, sehr große Ehre, einem Kanal wie meinem, der nicht wirklich sonderlich groß ist, sowas zukommen zu lassen. Vielen Dank an euch Leute! Das finde ich klasse und ich freue mich riesig darüber, dass das funktioniert hat. Gerade bei Felix hatte ich mit einem Buch gehofft und habe zwei bekommen. Ja, so gibt es von der Firma Buschkraft Essentials die Buschbox, die jeder von euch kennt. Von Felix habe ich das Taschenbuch Crafting with a Pocket Knife und das aktuellste und auch super empfehlenswerte Outdoor mit dem Taschenmesser bekommen. Beide sind handsigniert von Felix. Ich finde das cool und ich hoffe die Preise gefallen euch und ihr habt da Spaß dran. Kommen wir nur zum giveaway. Was müsst ihr eigentlich machen, um an diesem giveaway teilzunehmen? Offensichtlich ist es, dass ihr natürlich Abonnent des Kanals Bluebird Outdoor sein solltet. Das ist glaube ich klar, das ist logisch. Ansonsten möchte ich es eigentlich so halten, wie viele andere Kanäle das auch getan haben. Das finde ich eigentlich ein schönes Prinzip. Jeder der einen Kommentar unter dieses Video drunter postet, ist automatisch mit einem Los im Topf. Jeder der sich die Arbeit macht darüber hinaus noch eine Video Antwort zu drehen, bekommt automatisch zwei Lose. Soll heißen Kommentar. Ein Los, Kommentar plus Video, zwei Lose. Einfach, ne? Ich werde es in Anführungsstrichen nicht so klassisch halten, Platz 1 bis 3. Es gibt drei Preise. Sondern ich werde es so machen, dass der erste, den ich auslosen werde, sich im Prinzip aussuchen kann, welches er von den drei Preisen haben möchte. Der zweite tut sich das andere aus. Der letzte kriegt das, was übrig bleibt. Das ist glaube ich am fairesten, anstatt immer zu sagen, hier Platz 1, 2, 3, es liegt mir nicht ganz so. Deswegen denke ich, dass wir das auf diese Art und Weise machen werden. Gelost wird in etwa zwei Monaten. Das heißt, ihr habt acht Wochen Zeit ab heute, damit auch mitzumachen. Das heißt also, kommentieren geht ja immer relativ schnell. Aber für Video Antworten, ich kenne das von mir selber, die dauern manchmal ein bisschen, da hat man nicht immer Zeit für. Deswegen, wie gesagt, habt ihr acht Wochen Zeit ab Veröffentlichungsdatum heute an diesem giveaway teilzunehmen. Bitte schickt mir diese Links am besten, ich sag mal, auch in Form von einem Kommentar. Die bekomme ich am ehesten mit. Komischerweise gehen Nachrichten bei YouTube immer unter. Das ist so ein bisschen doof. Das war bei den letzten Giveaways, das ich gemacht habe, zum Beispiel der Fall, wo wirklich Sachen und Nachrichten mit Video Antworten verloren gegangen sind, die nachher nicht in der Verlosung drin waren, was mir natürlich echt leid getan hat, aber die Sachen sind einfach nicht zu mir durchgekommen. Also am besten Video Antwort, wenn gedreht, einfach den Link unten in die Kommentarbox nochmal rein und dann passt das schon. Dann kriege ich die auch alle mit. Ja, das wäre eigentlich alles. Reise wisst ihr. Acht Wochen Zeit ab Veröffentlichkeitsdatum. Kommentar ein Los. Kommentar plus Video Antwort zwei Lose. Und es gibt ein Sto in Hobo und zwei Bücher zu gewinnen. Ich denke das war alles. Das sollte auch reichen eigentlich, oder? Reicht doch. Alles klar. Ja, dann bedanke ich mich wie immer fürs Zuschauen. Ich hoffe ihr bleibt dabei. Falls du noch kein Abonnent bist von meinem Kanal, hier vielleicht mal abonnieren. Oder am Ende gibt es auch nochmal die Möglichkeit. Ich freue mich auf alle die mitmachen. Ich freue mich auf jeden Kommentar. Ich freue mich auf jede Video Antwort. Und ja. Bis dahin sage ich immer, passt auf wenn ihr raus geht, dann macht es gut. Bis zum nächsten Video. Euer Michael. безопасischen protagonism. Bis zum nächsten Video. 우